Das glaubt ja kein Mensch. Wenn aus einem Hobby Leidenschaft wird. Wenn aus Geschichten lesen Euphorie wird. Und wenn aus YouTube-Kollegen, Autoren und Lesern Freunde werden. Und wenn aus Menschen, die diese Leidenschaft und diese Euphorie teilen, Freunde werden und Lieblingsmenschen. Dann weiß man, es ist Zeit für die Buchmesse. Buchmesse Vlog Leipzig 2018 Buchmesse Vlog Leipzig 2018 Buchmesse enjoy. Buchmesse Vlog Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020